Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute reden wir über Produkte, die ich immer wieder nachkaufen würde. Produkte, die meiner Meinung nach mein Make-up, aber auch kollektiv die Make-up-Industrie für sich selbst immer so ein bisschen revolutioniert haben. Und ich habe hier Produkte dabei, die ihr höchstwahrscheinlich noch nie gesehen habt, weil ich irgendwie es nie geschafft habe, sie euch zu zeigen. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute vermutlich einen der schönsten Augenlooks, wie auch immer, in mein Gesicht bringen. Und ich freue mich, wenn ihr bis zum Ende dran bleibt und dem Video einen Daumen nach oben gebt. Und ich würde vorschlagen, wir verlieren gar keine Zeit und hüpfen auch direkt in dieses Video. Auch heute sehe ich noch ein bisschen nasal und ein bisschen kränklich aus. Ich fühle mich tatsache auch noch so ein bisschen so, aber oft hilft Make-up mir dabei, mich einfach ein bisschen besser zu fühlen und dann auch nicht ganz so kränklich auszusehen. Denn bevor wir loslegen, dieses Video entsteht in Zusammenarbeit mit Look Fantastic, denn die haben mich angeschrieben und mir gesagt, dass sie eine richtig coole Aktion für euch haben. Und zwar könnt ihr mit meinem Rabattcode bis zu 20% auf nicht reduzierte Artikel sparen. Und hier geht es nicht nur um Produkte, die eh schon günstig sind, sondern wir haben hier Natasha Denona rabattiert. Wir haben bei Terry rabattiert. Wir haben so viele tolle Marken, die euch interessieren, aber wo ihr immer sagt, ja, das ist mir vielleicht immer ein bisschen zu teuer. Deswegen, ich verlinke euch alle Produkte, die ich in diesem Video genutzt habe. Und ich verlinke euch meine Seite bei Look Fantastic. Da findet ihr wirklich die Top-Produkte und der Rabattcode gilt tatsache auch auf die Produkte. Also schaut da gerne mal vorbei. Dort könnt ihr wirklich eine Menge Geld sparen. Vielleicht ist ja jetzt die Gelegenheit für die ein oder andere Maus von euch, ein Produkt nachzushoppen. Ich möchte tatsache direkt mit dem ersten Produkt starten. Ich habe zwar schon meine Grundpflege drauf. Ich wollte mit euch aber über Lichtschutzfaktor sprechen. Ich weiß, dass viele von euch den L'Oreal Lichtschutzfaktor sehr interessant finden. Ich weiß aber, dass der für viele vielleicht ein bisschen zu, in Anführungszeichen, trocken ist. Deswegen habe ich euch den nochmal mitgebracht. Das ist von COSRX, der Aloe Soothing Sun Cream Lichtschutzfaktor. Lichtschutzfaktor 50 Triple Plus. Das ist eine Menge. Ich finde bei dem ganz besonders, der ist erstmal nicht so trocken. Und zweitens hat der Aloe Vera mit drin und pflegt tatsache auch gleich. Auch das ist ein Lichtschutzfaktor, den ich schon lange benutze. Ich habe ihn damals gekauft und muss sagen, dass der wirklich perfekt ist, wenn ihr eine trockene Haut habt. Weil der halt nicht so, ich weiß nicht, ihr kennt bestimmt dieses Gefühl von Sonnencreme auf den Händen. Das fühlt sich dann immer so ein bisschen trocken an. Der absolut gar nicht. Der zieht wirklich super, super schnell ein und hat einen richtig, richtig guten Schutz. Alternativ habe ich noch das hier von La Roche-Posay mitgenommen. Das kann man übers Make-up geben. Ich gebe es jetzt einfach mal runter. Das ist super für zwischendurch. Generell, ich habe lange gesucht nach einem in der Drogerie, was man übers Make-up geben kann. Und keins davon hat mir gefallen, wie das hier. Weil das ein Sonnenschutz ist, der sieht nicht so speckig und nicht so ölig über Make-up aus. Der zersetzt das Make-up nicht. Deswegen hier für übers Make-up La Roche-Posay 50 Vierfach Plus. Lichtschutzfaktor ist ein Thema, das möchte ich zukünftig immer ein bisschen öfter ansprechen. Weil ich weiß, dass es immer wichtiger wird oder das Bewusstsein wird immer größer dafür. Und ich schwöre auf Lichtschutzfaktor. Und mein bestes Beispiel ist tatsache auch meine Oma. Die ist 78. Und meine Oma hat nicht eine Falte im Gesicht, weil sie seitdem es Lichtschutzfaktor gibt, Lichtschutzfaktor trägt. Sommer wie Winter immer Lichtschutzfaktor. Und das sieht man. Und das ist wirklich für mich eine tolle Inspiration, das auch zu machen, weil ich einfach weiß, wie toll sie aussieht. Und mit 78 sieht sie natürlich nicht mehr aus wie 20. Aber sie hat eine Haut, die nicht aussieht wie 78. Engelsgleich. Und das ist wirklich bewundernswert für mich. Deswegen möchte ich das auch haben, wenn ich in vielen, vielen Jahren, in 50 Jahren, 78 bin. Ich habe eine Kombination für euch. Die hat euch nämlich neulich sehr, sehr gut gefallen. Da habe ich die Veleda Creme und die Serum Foundation gemixt. Ich habe jetzt nochmal eine Alternative für euch, die ein bisschen, die ist ein bisschen mehr fancy. Und zwar sind diese beiden Schätzchen in Kombination phänomenal. Wir haben einmal die Bobby Brown Vitamin Enriched Face Base. Das ist ja schon ein Bestseller seit Jahrhunderten, gefühlt. Ihr braucht nicht viel davon. Das ist eine sehr, sehr schöne Pflege, wenn ihr trockene Haut habt. Das ist für mich auch eine gute Alternative zu der Magic Cream, wie ich finde, weil sie nicht so schwer auf der Haut ist. Ich gebe mir ein bisschen was davon auf den Handrücken. Ich mag den Duft tatsächlich sehr, sehr gerne. Ich habe jetzt hier auch nochmal die kleine Größe. Ich finde, die kleine Größe reicht, um es einfach auch mal auszuprobieren. Und in Kombination dazu die Giorgio Armani Luminous Silk Power Fabric Foundation. Zwei Pumpstöße auf die Hand und dann mische ich mir das Ganze. Ich muss das Ganze wirklich gut zusammen mischen. Und ich habe das für mich so ein bisschen in die Richtung gebracht, dass ich dieses No Makeup oder dieses Healthy Makeup mag. Das ist nicht so super, super glowy, sondern das ist dieses trendige Cloud Skin, würde ich schon fast sagen. Weil die Giorgio Armani Foundation ist ja schon nicht so glowy, aber auch nicht so trocken. Und in Kombination mit der Vitamin Enriched Face Base habt ihr ein Finish, was unglaublich natürlich auf der Haut aussieht. Also ich finde, man sagt ja oft, das sieht aus wie Haut, aber dann ist es entweder eine leichte Deckkraft oder es ist so super, super glowy. Das ist halt wie eure Haut, wenn ihr einfach eine schöne Haut habt. Und nicht so übertrieben glowy, nicht so übertrieben speckig, sondern einfach eine schöne gepflegte Möglichkeit, die Haut zum Strahlen zu bringen und vor allen Dingen so ein bisschen auszugleichen. Ich bin ja mittlerweile total davon weggekommen, meine Haut zu übersättigen mit Produkt, sondern einfach nur das zu verstärken, was schon da ist. Ich arbeite mir die auch wieder hier mit einem Puderpinsel ein. Ich finde, damit habe ich einfach die leichteste Deckkraft und das natürlichste Ergebnis auf meiner Haut. Lass das so ein bisschen auftragen und dann gehe ich tatsache erst mit einem halbwegs trockenen Beauty Sponge einmal rüber und presse mir das Ganze wirklich schön in die Haut. Es dauert dadurch, dass ich eine Pflege drin habe, natürlich einen Moment länger, bis sie sich mit der Haut verbindet. Die Pflege muss erstmal schön einziehen. Ich finde aber, wenn ihr das Ganze auf eurem Handrücken sehr, sehr gut zusammen kombiniert habt, also gemischt habt, wird die Foundation im Gesamtbild wesentlich ebenmäßiger und nicht so nicht too much. Das ist ganz, ganz spannend. Probiert das wirklich mal aus. Wenn ihr die Produkte vielleicht schon zu Hause habt, probiert das aus und schreibt gerne ein Feedback in die Kommentare. Ansonsten, wenn ihr euch die Produkte bestellt, ist natürlich mit 20 Prozent, ist das natürlich schon eine gute Möglichkeit. Ihr werdet das lieben. Und ich glaube auch, da bin ich definitiv zu 100 Prozent mitschuldig dran, dass wir Beauty Creator 2017, 2018 ein bisschen dafür verantwortlich waren, dieses Full Coverage und dieses mehr ist mehr und mehr ist mehr. Aber wir brauchen es gar nicht. Brauchen sowieso nicht, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich möchte mehr vermitteln, dass Make-up nicht dafür da ist, um sich zu verstecken, sondern um sich hervorzuheben. Diesen kleinen Tweak, der macht so viel aus. Und ich freue mich auch, dass es auch bei euch so ankommt, dass ihr das bei mir auch seht, dass sich mein Make-up so verändert. Das freut mich sehr. Foundation ist eingearbeitet. Es sieht tatsächlich wirklich aus, als hätte ich nichts drauf, aber es ist so ein bisschen so, uh, was hat er gemacht? Es ist so ein bisschen zart. Ich liebe die Foundation-Tatsache mittlerweile sehr. Ich war vor einigen Jahren so ein bisschen auf Kriegsfuß damit. Ich glaube aber, dass ich einfach zu jung für diese Foundation war. Ich glaube, dass meine Haut das nicht gebraucht hat und ich aber von einer Foundation etwas verlangt habe, wofür die Foundation nicht gemacht war. Und ich weiß, dass die meisten von euch nicht 17 sind. Deswegen ist das wirklich eine große Empfehlung. Und gerade mit trockener Haut, mit so ein bisschen fahler Haut, diese Kombination, Vitamin Enriched Face Base in klein, reicht völlig aus. Und diese Giorgio Armani, ihr braucht einen halben Pumpstoß für ein komplettes Gesicht. Also ihr kommt damit ewig aus. Ich habe mir ein bisschen Concealer aufgetragen. Ich will euch ein Drogerie-Produkt zeigen, was ich immer wieder nachgekauft habe. Tatsache, es ist mittlerweile schon der zweite. Und beim Blush, wenn ich einen zweiten Blush nachkaufe, das heißt was. Und zwar ist der von Max Factor. Der sieht auf den Aufblick extrem, also ich habe ihn gesehen damals und dachte, den muss ich kaufen, weil ich weiß, dass er nicht funktionieren wird, weil ich so Angst vor diesem Blush hatte. Das ist die Farbe High Sienna. Der sieht extrem intensiv aus. Der ist auch intensiv. Aber das ist eine ganz spannende Textur. Das ist wie so eine gebackene Formulierung. Super pigmentiert. Und rote Blushes wirken immer sehr... Was ist los? Aber glaubt mir, das ist eine wundervolle Farbe. Ich blende einmal den Concealer kurz aus. Lasse das, was ich jetzt hier in meinem Handrücken habe, auf der Hand und nehme meinen Beauty-Sponge und gehe damit hier auf den Handrücken. Denn jetzt habt ihr diese Kombination wieder, das hatte ich euch neulich schon gezeigt, zwischen eurer Hautfarbe, eurem Unterton und diesem Blush. Und den stempel ich mir einfach... hier rüber. Und schaut mal, wie subtil dieser Blush wird. Ihr könnt ihn natürlich auch so auftragen. Ich glaube aber, dass das nicht sein muss. Nur ein bisschen mit einem Schwamm, der so ein bisschen angefeuchtet ist. Und schaut mal, das ist die perfekte Farbe. Und gerade wenn ihr auf intensive Lippen steht, ne? Also so ein schönes Rot oder so ein Burgunder Ton, dann ist das eine so tolle Farbe. Und der ist auch super günstig. Und dadurch, dass er so pigmentiert ist, braucht ihr davon nicht viel. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das ist ein sehr, sehr erfrischender Ton und nicht halt so 0815 Rosa. Schaut euch bitte diese Base an. Das sieht aus, als hätte ich Wasser getrunken oder was Gesundes gegessen oder so. Jetzt wird's wild. Denn eigentlich ist das so ein Produkt, das ist ganz spannend. Also, ich weiß, ihr kennt bestimmt By Terry. Und ich habe mich influencen lassen von meiner liebsten Influencerin aus England, Lydia Mill. Und sie benutzt das By Terry Brightening CC Serum seit 10 Jahren. Und ich habe das bei ihr gesehen und ihr Make-up sieht immer flawless aus. Und ich habe mir das in zwei Farben gekauft. Einmal in dunkel und einmal in hell, weil es damals meine Farben gerade ausverkauft waren. Jetzt ist sie da. Ich habe sie euch unten verlinkt. Das ist ganz spannend. Also, du kannst es als Foundation-Alternative nehmen, wenn du eine perfekte Haut hast. Du kannst das als Primer nehmen. Du kannst das als Topper nehmen. Oder du mischst das in deine Foundation mit rein. Und was ich damit super gerne mache, ist, ich gebe mir einen Pumpstoß davon in die Hand, wenn ich es nicht unter meine Foundation gemischt habe. Mische das und habe jetzt so einen rosigen Touch. By Terry ist immer recht stark duftend nach Rose. Ich liebe diesen Duft. Ich möchte mich da reinlegen. Was ich jetzt aber mache, ist, ich nehme wieder meinen Beauty Blender. Ihr merkt es. Es ist heute wirklich viel Arbeit mit dem Beauty Blender. Und tupfe das einfach hier rüber. Und ich gebe dann an die Stellen, wo ich schon den Blush habe, oder auch hier so ein bisschen auf die Stirn, diesen leichten Touch an rosigem Glow noch mit hin. Es spendet nochmal Feuchtigkeit. Und das ist so ein Multifunktionsding. Das Spannende bei dem ist, der wird nicht, also der hat zwar Schimmer mit drin, auf der Haut sieht der aber nicht mehr glitzerig aus, sondern wird schon fast, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, so ein bisschen matt. Und in dem Moment, wo ihr das Produkt auf euer Gesicht oder wo auch immer ihr das tragt, aufpresst, legen sich die Schimmerpartikel so, dass sie aussehen, als würde das Licht von unten, also aus euch rauskommen. Die Haut ist erstrahlt, aber nicht so speckig. Ich meine, ihr seht jetzt Bewegung, ihr seht Luminosität im Gesicht, aber ihr seht kein Speck. Und das finde ich genial. Das ist ein bisschen teurer, das Produkt. Ich hätte 20 Prozent, ich habe es mir tatsächlich mit meinem eigenen Rabattcode jetzt schon nachgekauft, weil das so genial ist und ihr damit wirklich vieles machen könnt. Ihr könnt das auch als Bronzer benutzen. Das ist dann sehr, sehr schimmrig. Ich zeige es euch einmal hier. Da könnt ihr es sehen. Super, super gut. Ich habe immer noch einen anderen Bronzer, der für euch definitiv auch super interessant sein wird. Du kannst damit so viel machen und die Haut ist einfach sehr gesund. Das ist meine Sommerfoundation Kombination. Das in eine Foundation mit reingemischt. Sign me in. Es riecht nach Rose, es riecht sehr intensiv nach Rose, aber ich mag den Geruch sehr gerne und er verfliegt auch sehr schnell. Also du riechst nicht den ganzen Tag nach Blumenwiese. Ich habe ein Produkt vor einiger Zeit schon mal gekauft und ich dachte mir, es hat mich sehr angesprochen. Ich war überrascht, dass es nicht so teuer war, wie gedacht, aber allein die Farbe ist genial. Das ist ein Bronzer und der hat einen blauen Streifen mit drin. Und was dieser Bronzer macht, das ist unbeschreiblich. Ihr habt auf beiden Seiten dieselbe Farbe. Der ist auch nicht so richtig matt, der ist aber auch nicht schimmernd. Also das ist so ein ganz wie so ein gebackener Ton. Das kennt ihr ja mittlerweile, diese Textur. Gebacken sieht immer auf der Haut frisch aus, heißt aber nicht, dass da glitzend mit drin ist. Durch diesen blauen Ton habt ihr den perfekten Bronzer-Ton für helle bis Medium Haut. Ich nehme einen fluffigen Pinsel und gehe hier einfach durch. Ich mische das Produkt richtig schön zusammen und ich habe am Anfang wirklich Angst gehabt, weil ich dachte, oh Gott, ich sehe gleich blau aus. Aber wunderschöner Bronzer-Ton. Ich sage nicht, dass das ein kalter Bronzer ist. Der ist warm, aber dadurch, dass der blau mit drin hat, sieht der auf der Haut so aus wie eine natürliche Bräune, weil unsere Haut natürlich auch blaues Licht resorbiert und zurückgibt einen Teil davon und somit ein perfekter Ton an Bronzer mit drin ist. Der sieht wunderschön als Lidschatten aus. Ich will eine andere Lidschatten-Palette gleich benutzen, weil ich glaube, dass das ein Bronzer ist. Erstmal sieht der wunderschön aus. Sila Musca ist tatsache eine Marke, die schon lange da war und ich hatte mal, oh, das war auch toll, so einen Gel-Bronzer von denen, der sah auch phänomenal aus. Das ist natürlich schon ein Hingucker, ne? Und du kannst damit super viel machen. Das Blau ist jetzt nicht... Also, du siehst, du gibst ja nicht das Blau so rauf. Könntest du sogar als Inner Corner Highlight benutzen. Aber in Kombination mit diesem Bronzer ist das einfach ein wunderschöner Ton. Bevor wir weitermachen, ein Favorit aus der Drogerie, den ihr auch bei Look Fantastic findet, ist das NYX Dewey Finish Setting Spray. Das ist ein Dupe zu einem sehr, sehr teuren Setting Spray von einer Dame, die mit C anfängt und mit Arlott aufhört. Phänomenales Produkt. Und das braucht einen Moment, bis es einzieht und das legt sich so richtig schön in Kombination mit eurer Haut. Und jetzt wartet kurz, wenn das alles eingezogen ist, dann wirkt der Bronzer nicht mehr zu warm, dann wirkt die Foundation nicht mehr so trocken, sondern es gibt so einen tollen Frühlingslook. Ich fühle mich frisch, ich fühle mich optisch ein bisschen lebendiger als vorher. Eine Palette, wo ich weiß, dass viele von euch seit Jahren mittlerweile schon drum herum tingeln und jetzt ist natürlich die Chance, ein bisschen Geld zu sparen, die Natasha Denona Bronze Palette. Ich habe mittlerweile, glaube ich, alle Natasha Denona Paletten hier, weil ich der Meinung bin, dass sie was wirklich gut können, das sind Lidschatten. Und ich weiß, dass sie ein bisschen teurer sind, aber, ich muss dazu sagen, sie sind qualitativ phänomenal. Es gibt aber viele Paletten, die für mich einfach viel rumliegen und bei dem Geld, was es kostet natürlich nicht 6 Euro, will ich eine Palette haben, die ich jeden Tag benutzen kann. Und das sind Farben, die ich jeden Tag benutzen würde, wenn ich jeden Tag mir einen Lidschattenlook auftragen würde. Deswegen möchte ich heute einen kleinen Look mit der Bronze Palette schminken und ich werde ihn legen. Deswegen starte ich mit einem sehr, sehr fluffigen Pinsel und gehe in die Farbe Beach. Das ist ein sehr, sehr heller Transition Shade-Ton. Lade den Pinsel gut auf, klopfe einmal ab und diffuse das erstmal sehr, 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 sehr weit. Also gar nicht präzise, sondern ich möchte das komplette Lid, so ein bisschen auch in den Bronzer mit rein, schön weit nach außen, ohne große Präzision. Das ist halt die perfekte Transition Shade, wenn ihr einen sehr intensiven Look haben wollt. Ich zeige euch heute mal, was die Palette kann, weil ich glaube, dass man damit so viele Sachen machen kann und mit ein bisschen Rabatt da drauf ist das natürlich genial. Ich verdunke mir das Ganze mit der Farbe Sun Tan. Das ist ein richtig schöner, warmer, schokoladiger Ton. Und den setze ich mir auch hier erstmal außen hin. Und schaut euch das mal bitte an. Der ist direkt da, hier nach vorne. Und dann nehme ich den Pinsel von eben wieder und verblende einfach nur hier und hier. Und ich will so ein richtig schönes, verführerisches Halo einmachen. So ein bisschen Kim Kardashian, Matt Gala Style. Ich nehme immer ein bisschen und dann blende ich das aus. Und dann baue ich mir die Farbe immer wieder ein Stückchen auf, weil ich sie natürlich ausblende, aber den dunkelsten Punkt innen und außen haben möchte. Das kann man stundenlang machen. Und je öfter und je länger ihr das macht, desto intensiver wird der Look auch. Ich finde, der passt aber zu meiner Bronzy Glowy Base gerade sehr, sehr gut. Weil er einfach so, der sieht am Ende, sieht der gar nicht so aus, als hätte man wirklich stundenlang dran gesessen. Der sieht so ein bisschen effortless aus. Und das ist das, was ich im Moment so gerne mag. Dieses, das hat der in fünf Minuten gemacht, aber er sieht toll aus. So möchte ich aussehen. Mit einem kleineren Pinsel gehe ich in die Farbe Magna. Das ist noch dunkler und da bin ich jetzt ein bisschen vorsichtiger. Das setze ich mir noch weiter ins Zentrum und hier außen hin eher ein bisschen an die Lashline, weil ich es gleich ausblende und dann nicht zu weit nach außen damit gehen möchte. Das umrahmt das Auge so toll. Jetzt nehme ich den Pinsel von eben, den zweiten Pinsel, und blende das aus. Gebt dem Auge eine ganz besondere Form. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch in die Farbe Deep Dive mit reingehen. Das ist ganz spannend, weil Deep Dive ist so ein schwarzer Ton. Der sieht aus wie ein Cremeton, ist es aber nicht. Und den setze ich mir direkt an, also fast schon in den Wimpernkranz mit rein und diffus den so ein bisschen mit raus, dass ich da nochmal ein bisschen mehr Tiefe habe. Und zack, habe ich ein wundervolles, sehr einfaches, sehr schnelles Halo-Ei gezaubert. Ich nehme denselben Pinsel. Da ist nämlich jetzt noch so ein bisschen Farbe mit dran und gehe erst in die Farbe High Degree. Das ist so ein rötlicher Ton. Den setze ich mich hier in die Mitte. Und dann nehme ich die flache Seite und gehe in die Farbe Cirque. Das ist ein perfekter Goldton. Und den setze ich mir direkt hier oben rüber so ein bisschen höher. Und jetzt, Freunde, passt auf. Den Bronzer, das Blau, hier als kleinen Fokuspunkt nach vorne. Nur ganz leicht. Soll gar nicht zu viel sein. Zum Abschluss nehme ich meine liebste Mascara. Das ist die Les Sensational Sky High Mascara. Auch die findet ihr bei Look Fantastic. Ihr müsst euch da wirklich mal durchklicken. Bei Look Fantastic gibt es so viele Sachen, wo ich niemals mit gerechnet habe. Und man kann einfach so viel Geld sparen. Shipping ist super schnell. Zwei Tage. Und das ist der fertige Look mit meinen absoluten Lieblingsprodukten, die ich immer wieder nachkaufen würde. Sollten sie irgendwann mal leer gehen. Ich glaube nicht, dass das so schnell passiert. Außer vielleicht bei der Creme oder den By Cherry Produkten. Weil das halt Produkte sind, die ich wirklich jeden Tag benutze. Ansonsten glaube ich, dass ihr mit diesem Look einen sehr, sehr schönen Look für den Sommer, für den Übergang habt. Aber auch einfach mal, wenn ihr was Gutes für euch tun wollt, schaut unbedingt bei Look Fantastic vorbei. Dort kriegt ihr wirklich eine Menge Rabatt. Es gibt so viele Marken. Von Olaplex bis Natasha Denona, bis MAC, bis Chante Kai habe ich hier auch noch. Das seht ihr aber vielleicht in einem anderen Video irgendwann mal. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart, ihr süßen Mäuser. Ich freue mich und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Shoppen. Wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf.